Komplementärmedizin übersetzt heißt einfach eine unterstützende Medizin zusätzlich zu einer wissenschaftlich basierten onkologischen Therapie. Komplementärmedizin umfasst dabei Sport- und Bewegungsangebote, Ernährung, umfasst Lifestyle-Veränderungen, Mind-Body-Medizin wie Ayurveda beispielsweise, besondere Bewegungsangebote, die Körper und Geist gleichermaßen ansprechen oder eben auch eine Therapie zum Beispiel mit pflanzlichen Arzneimitteln, die unterstützend zu einer Tumortherapie sind.